Der kleine Stern und der Weihnachtswald. Am schönsten ist es im Wald der Weihnachtszeit. Nein, am geheimnisvollsten. Dies hat der kleine Stern an seinem Himmelsplatz so gehört. Das wollte er nur selber kennenlernen und eines Abends hüpfte er wieder einmal zur Erde hinab. Er landete in der Tanne, die am Eingang des Waldes neben einem Felsen und zwei Bänken ihren Platz hatte. Schön war es hier. Ruhig, aber nicht zu ruhig. Immer wieder nämlich besuchten Tiere den alten Baum und manchmal kamen auch Menschen von der kleinen Stadt hier herauf. Das ist wirklich ein guter Platz, murmelte der kleine Stern. Hier möchte ich ein Weilchen bleiben. Es ist auch mein Platz, raunte ihm die alte Eule zu. Hier verbringe ich viele, viele meine Nächte. Dich aber habe ich hier noch nie gesehen. Wer bist du und warum leuchtest du heller als meine Augen ist tun? Ich bin der kleine Stern, stellte der kleine Stern sich vor. Es ist mein Job zu leuchten. Ich bin das Eichhorn, wisperte da eine weitere Stimme vom Stamm unter ihm. Ich bin das Eichhorn. Ich wohne auch hier und mache eine Pause vor meinem Winterschlaf. Wir auch, wir auch, riefen der kleine Igel und die kleine Waldmaus, die sich am Fuße der Tanne getroffen hatten. Dein Licht hat mich geweckt, knurrte der Igel. Und die Waldmaus sagte freundlicher als ihr stachliger Freund, Winterschlaf ist langweilig. Danke, dass du mich mit deinem Licht aus meiner Höhle gelockt hast. Ich mag Abenteuer immer gut leiden. Das ist bekannt, die Eule schmunzelte. Sie kannte die Abenteuerlust der kleinen Waldmaus nur zu gut, hatte sie doch auch schon vergebens zu jagen versucht. Jetzt aber war sie satt und das war gut so. Abenteuer? Abenteuer, was ist das? Der kleine Stern aber wunderte sich. Bin ich etwa eines? Nun schmunzelten alle Waldtiere. Dieser kleine Stern war wohl noch ein sehr, sehr kleiner Stern, der die Welt und das Leben auf der Erde erst wenig kannte. Ja, kann man so sagen, kicherte das Eichhörnchen schließlich. Ein großes, sagte der Igel. Ein helles, rief die Waldmaus. Ein sehr helles sogar. Ein verrücktes, erklärte die Eule. Ein Stern, der sich in einen Baum setzt, muss schon sehr, sehr abenteuerlustig sein. Der kleine Stern nickte. Dann war er also ein Abenteuer. Prima, sagte er. Und wenn es euch recht ist, bleibe ich eine Weile bei euch und warte hier auf das nächste Abenteuer. Es heißt Weihnachten und das möchte ich hier finden. Es soll dem Wald nämlich viele feierliche Geheimnisse schenken. So habe ich es zumindest gehört. Gute Idee. Die Eule hatte Mühe, sich ein Lachen zu verkneifen. Also, ich heiße dich willkommen und ich glaube, mit einem Stern wird unser Wald der geheimnisvollste und feierlichste Weihnachtswald sein, den es je gegeben hat. Da freute sich der kleine Stern, wenn er auch die Worte der Eule nicht so ganz verstanden hatte. Aber es mussten kluge Worte sein, das las er in den Gesichtern der anderen Tiere. Und weil er sich so sehr freute, strengte er sich noch ein bisschen mehr an und schickte noch mehr von seinen silbernen Sternenlichtstrahlen in die dunkle Nacht hinaus. So kam es, dass der Wald und die Felder ringsum in diesem Jahr in der Weihnachtszeit in den Nächten besonders geheimnisvoll und feierlich leuchteten und strahlten. Und dass viele Menschen und Tiere in diesen Wochen zu Besuch kamen und, wie der kleine Stern, hier im Wald die Weihnachten suchten. Also, ich wünsche euch allen eine wunderschöne, fröhliche Vorweihnachtszeit. Natürlich, wenn es soweit ist, eine fröhliche Weihnachten, auf das wir alle zufrieden sind. Und besonders natürlich grüße ich hier meine Klangstolche. Denn ich bin schon lange Jahre euer Schirmherr, was mich immer wieder so stolz macht. Also, fröhliche Weihnachten jedem von euch. Musik